So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Rams ist der Dicke, eine neue Folge Pokémon GO. Es ist ein bisschen nass, feuchte Luft, wir waren gerade einkaufen, möchten euch mal den heutigen Sponsor vom Video vorstellen. Der liegt nämlich hier, das ist dieser da, das ist, pass auf, Klopapier, Basic Toilettenpapier zum kleinen Preis. Und mit dem Rabattcode, Rams ist der Dicke, spar dir jetzt nix und kriegt noch eine Rolle weniger wahrscheinlich, weil ich mir gleich eine rausnehme. Die sieht so genial aus, guckt euch das doch mal an. Ne, weiß ich nicht, habe ich noch nie gesehen. Hat Pupsi jetzt gekauft für die Eltern. Weil das ist Basic, das ist Basic. Was nutzt ihr für Toilettenpapier? Schreibt es mal in die Kommentare. Wir sind jetzt schon wieder hier beim Spielplatz am Hang. Da findet der Community Raid mit Zekrom statt, weil Regiram ist weg. Ich habe wirklich in der Zeit, wo Regiram da war, nur einen einzigen Regiram Raid gemacht. Ansonsten möchte ich jetzt auch einen einzigen Zekrom Raid machen und dann vielleicht morgen einen Mega Raid irgendwas, keine Ahnung. Schauen wir mal die restlichen Pässe und das Zeug. Und dann werde ich dann immer alles für die Trainerhoffnungsmedaille nutzen, wo wir 150 verschiedene brauchen. Das heißt Spielplatz am Hang, weil hier ist so ein Hang. Da geht es ewig weit runter und da unten ist noch ein Spielplatz. Und da ist die Arena und ich werde verfolgt, deswegen laufe ich jetzt schnell weg und zeige euch gleich mal die Konda für Regiram, ach, für Zekrom. Aber ich möchte euch den Spielplatz mal ein Stück näher zeigen. So, hier sieht man nochmal näher, da ist der Spielplatz am Hang. Also wenn ich mir den Fingern da runter zeige, sehe ich eigentlich gar nichts auf der Kamera, aber ihr seht bestimmt was. Hier ist auch so ein kleines Geländer. Da ist so ein Bauzaun, damit ihr nicht aus Versehen da hinten runter slidet, gerade im Winter, das ist wichtig. Und wenn wir noch näher rangehen, sieht das dann ungefähr so aus. So, da sind wir nämlich jetzt ganz nah an der Röhre dran. Und zum Glück habt ihr nicht gesehen, wie ich jetzt den Berg hier runter gerasselt bin. Mit Gummischuhen, immer beste Idee im Winter. Im Sommer ist das bestimmt richtig cool, so eine Röhrenrutsche, sieht man selten, glaube ich. Alter, Finger kaputt, hingekesselt. Wie komme ich jetzt je wieder diesen Berg hoch? Ich habe keine Ahnung. Pupsi hat irgendwie gerade das Team verlassen auch. Wahrscheinlich bin ich zu weit weg. Hier ist noch ein Graffiti. Und jetzt laufen wir zurück zum Auto, damit wir die Konter vorstellen, die Konter zeigen können. Und, ach so, man sieht es ja hier. Guckt euch mal die Spur an. Da habe ich angefangen. Und dann bin ich hier unten irgendwo gelandet, im Horast. Also nicht hingestürzt, aber hier gegen das Geländer gebreddert. Richtig brutal. So, ich stehe jetzt hier am Raid. Habe euch mal da drauf gestellt. Möchte ganz kurz mal auf die YouTube-App gehen. Möchte den Community-Tab zeigen. Da poste ich ja immer die Übersicht über die Konter vom aktuellen Raid-Boss. Hier Community-Tab. Gehst du hier drauf, siehst du immer eine schöne Grafik. Die ist von DE-Pogo-News. Bei denen ich immer den kompletten Text mit übernehmen muss. Sonst rasten die immer komplett aus. Wenn nicht, denen ihr Paypal-Link dabei ist. Damit ihr denen Geld gebt. Ich meine, die machen einen schönen Job. Die sind immer sehr zeitnah. Die Infografiken sehen wunderbar aus. Da kann man wirklich nicht meckern. Das ist mein heutiger Sponsor vom Video, genau. Nein, auch nicht. Ich habe keine Sponsoren. Da die Sekrom. Sekrom, das Latex-Teil. Das ist richtig genial. Das feiere ich. Ich hatte 200-prozentige, glaube ich, auf dem Haupt-Account auf Level 50. Das war die Maschine als Drachenangreifer, als Elektroangreifer. Jetzt möchte ich mich natürlich auf Nicht-Legendäre fixieren. Free-to-Play, kein Geld mehr ausgeben. Da habe ich dann halt Ele-Volt-Take. Was habt ihr aber für WP? 2307 und 2884 sind genau die exakten Werte, die Regi-Rahmen auch hatte. Als hundertprozentiges aus dem Raid mit und ohne Wetterbrust. Dann ist es, weil es Drache und Elektro ist, nehmt ihr Boden, Eis, Drache oder Fee. Fee gegen Drache. Drache gegen Drache. Was ich aber nicht machen würde, weil dann haut das euch genauso gut um. Ich würde da eher Fee nehmen als Drache. Und dann natürlich Boden gegen Elektro oder halt immer noch auch Eis gegen Drache. Also irgendwie bezieht sich fast alles gegen den Drachen und dann haben wir den Bodentyp. Das, ja, was haben sie denn hier überhaupt? Rayquaza kann ich nicht nehmen, Kraudon kann ich nicht nehmen, Palkia kann ich nicht nehmen, Sekrom kann ich nicht nehmen, Kyurem kann ich nicht nehmen. Der kommt aber auch bald. Knackrack, Knackrack wäre das Einzige, was ich habe, den habe ich auch als Bodenangreifer. Ich könnte also mit einer Knackrack-Armee da antreten. Bei den Megas, bei den Prodos, bei den Kryptos wisst ihr ja Bescheid. Das Ding ist natürlich auch als Shiny verfügbar. Jetzt sind sie noch 15 Sekunden, bis der Raid aufgeht. Grüße auch an Sarina. Wir haben uns auch noch schön hier in die Arena reingesetzt. Meine Aufgaben mit den sechs verschiedenen Pokémon in einem Raid sind um. Das heißt, ich kann jetzt wieder sechsmal genau das gleiche Pokémon nehmen, was irgendwie viel lustiger ist. Also ohne Aufwand. Beziehungsweise nimmt man ja meistens sowieso das, was es einem vorschlägt. Das Teil finde ich eben krass. Guckt euch das an. Das ist einfach nur schwarz. An einer gelben Arena sieht das noch besser aus. Wir gehen jetzt auch öffentlich rein. Ich denke mal nicht, dass hier großartig jemand ist, der mitmacht von den Anwohnern oder so. Ich habe mir hier zehn Leute markiert. Die haben sich in der Telegram-Raid-Gruppe eingetragen, dass sie mitmachen möchten beim Community-Raid. Denn immer beim Raid-Boss-Wechsel versuche ich den ersten Raid, der nach 11 Uhr aufgeht und den neuen Raid-Boss hat, zu posten in die Raid-Gruppe und vor Ort mit Video zu machen. Wir haben das gerade mit dem Einkauf auch verbunden, waren fertig auf dem Rückweg, schnell vorbei, hier den Raid gemacht. Hier zeigt es mir jetzt die ganze Zeit Gaddebar an. Das ist gut, das ist Fee und ein Marmuth-Hotel, vielleicht mit Eis. Wenn die Zeit um ist nach dem Einladen, kann ich ein zweites Mal einladen. Das ging früher nicht, das war anders, beziehungsweise ging es. Aber man musste die Lobby immer verlassen und dann wieder zurück in die Lobby. Aber jetzt habt ihr das, dass der Button dann hier wieder aktiv wird und ihr wieder Leute einladen könnt. Also nehmen wir jetzt die unteren fünf noch mit. Dann wollen wir den Nudel-Account aber auch mal hier rausholen. Der muss auch mitmachen. Die Raid-Details konnten nicht abgerufen werden. Das ist sehr schön. Mit dem gehen wir jetzt auch mal öffentlich rein. Gruppencode sieht auch interessant aus. Es ist eine gelbe Arena. Es ist ein Elektro-Legendärer Raid-Boss. Und der Gruppencode ist einfach dreimal Pikachu. Das gefällt mir. Hier ist zum Beispiel als Team Knackrack-Gadevar-Granbull, weil der auch eine gute Fee ist. Tragoran als Drache, zweimal Mammut-Hell. Das passt. Da kann ich auch mal auf bereit drücken. Und dann kann ich den eigentlich hier einfach wieder einstecken. Der muss eh nichts machen. Hier lassen wir das Team auch einfach so, wie es ist. Ich hoffe, es sind auch alle da, die mitmachen wollten. Jetzt habe ich gedacht, das ist... Also, Sarina packt ja manchmal da lustige Namen rein. Die schreibt da nicht einfach ihren Namen hin, wie die dann heißt. Die schreibt ja immer was anderes hin oder so. Und da stand auch zusätzlich, ich bin schlau ist da. Also nicht von Sarina, sondern von einem anderen. Da dachte ich, er ist schlau, weil er einfach vor Ort mitmacht. Aber der Account heißt einfach, ich bin schlau. Das kam überraschen. Das hätte ich nicht gedacht. So, da fahren immer mal ein paar vereinzelte Autos vorbei. Das ist auch schlau. Oh, das ist richtig genial. Es ist halt nass. Es ist auch ein bisschen nass. Man könnte denken, wir haben jetzt Wetterboost. Aber eigentlich ist das ja Schnee. Dann dürfte ja wieder nur Stahl und Eis geboostet sein. Bei Regen ist ja auch Wasser und Elektro geboostet. Wenn ich meinen Bildschirm angucke, der ist komplett nass. Der ist total zugetröpfelt. Hätte ich gesagt, das muss jetzt hier Wetterboost haben. Aber ich weiß gerade nicht, wie das Wetter ist in Pokémon Go. An sich. Hier draußen ist es auf jeden Fall nass. Das ganze Auto hat überall Lust zu tropfen. Das sieht auf jeden Fall richtig brutal aus. Können gleich auch mal vergleichen wieder, wer das Beste hat, wer das Höchste hat. Und es dann noch versuchen, in Ruhe zu fangen. Der Samyang Bulldog Account hat kein Shiny, aber 22,24. Jetzt frage ich mal Pupsi. Wie viel hat deins? 28. Kein Shiny, oder? 22,58. Okay, alles klar. Wir gucken mal drauf, was wir haben. Wir haben nämlich einen. Pass auf. Bonus-Herausforderung. 23,02. Sekraum, was machst du denn? 23,07. Ne, 23,09. Ist doch das 100er, oder nicht? Ich habe bei Terrakium auch schon einen 96er gehabt, gleich am Anfang. Und deswegen habe ich bei Terrakium jeden Pass ins Terrakium gepackt, weil ich das einfach cool fand und gucken wollte, wie viel ich dann eben in der, also was von sieben Raids in der einen Woche das Beste ist. Und ich wusste nie, wo ich meine Sonderbonbons hinpacken soll. Also habe ich die erstmal alle aufs Terrakium drauf. Ich könnte das Terrakium jetzt schon auf Level 40 ziehen mit 15 Angriff als 96er, weil ich das einfach cool finde. Sekraum wollte ich eigentlich nicht raiden, aber wenn das jetzt hier schon so ein guter ist wieder mal, was vielleicht sogar 15 Angriff hat, sollte ich dann nicht vielleicht doch meine Pässe, meine täglichen Pässe, die ich habe, in Sekraum stecken und gucken, was in sieben Tagen Sekraum rauskommt. Alle anderen Raids, die ich mache, wo ich Sonderbonbons kriege, dann auch in Sekraum packen. So kann ich aus sieben Raids trotzdem mal eins auf Level 40 ziehen. Darf man das machen? Kann man das machen? Es ist ja trotzdem free to play. Und wenn ich ein Terrakium irgendwann mal auf Level 40 pushe, weil mir das gut gefällt, bin ich ja eh nicht mehr auf dem Trip, dass ich ohne legendäre Pokémon spiele. Regiram hat mich zum Beispiel nicht interessiert, weil ich hatte ja meine Flampivianarmee und Regiram ist zwar weiß, ist edel, aber naja, hat mir nicht gepasst. Ich finde Sekraum auf jeden Fall besser, genialer, stärker, nützlicher, heftig. Und wenn das gerade einmal da ist, aus sieben Raids oder sechs Raids zu gucken, welches das beste ist und das dann auf 40 zu pushen. Und es stärkt ja im Endeffekt nur meinen Account. Wenn Kyurim zum Beispiel kommt, da habe ich gar kein Interesse dran, Kyurim Raids zu machen. Einen für den Pokédex-Eintrag, aber den brauche ich nicht als Eisangreifer, den brauche ich nicht als Drachenangreifer. Ich habe mich gefreut damals, als der Main Account auch wieder einen Hunderter hatte und ich fand das Shiny richtig cool von dem, aber das brauche ich nicht auf einem Free-to-Play-Account. Danach kommt Regigigas, also da muss ich wegen dem Community-Raid einen machen, aber eigentlich habe ich den ja auch schon im Pokédex durch das Krypto-Regigigas, was man sich bei Giovanni abholen konnte. Da kann ich ja mal gucken, zählt das dazu, wenn ich ein Kry... Na gut, das war ja kein Raid. Also egal, ich kann nicht gucken. Das ist nämlich auch eine Frage, die ich habe, wenn ich jetzt ein Krypto-Macholo-Raid mache und dann einen normalen Macholo-Raid, kriege ich dann trotzdem auf der Trainer-Hoffnungsmedaille für verschiedene Raid-Bosse zwei Encounter dazu oder doch nur einen. Es ist ja das gleiche Pokémon. Aber es ist halt einmal Krypto, einmal so. Aber eigentlich müsste man sagen, das ist ein Krypto-Raid und das ist dann eben kein normaler Raid. Und ein normaler Raid ist kein Krypto-Raid. Und das unterscheidet sich ja dann dadurch. Da die Sekrom, da die mein bestes Sekrom, was ich jetzt habe, weil es mein allererstes Sekrom ist, bewerten es mal. Oh, es ist sogar ein 98er. Ich dachte, vielleicht ist es ein 96er und hat nur 14 Angriff. Oder 13 Angriff, meine ich. Es ist ein 98er mit 15 Angriff. Das heißt, in der Raid-Gruppe ist es in letzter Zeit so tot, da ist gar nichts mehr. Denn immer wenn ich meine 3er-Raids oder 1er-Raids poste, macht da einfach kein Schwein mit. Und ich werde also, ich sage es euch ja, ich werde jetzt die Woche, wo Sekrom da ist, meinen täglichen Pass in Sekrom stecken und einfach da ein paar Bonbons sammeln. Obwohl eigentlich, wenn ich jetzt ein gutes Exemplar habe, könnte ich ja die Sonderbonbons trotzdem da reinpacken, ohne einen weiteren Sekrom-Raid zu machen. Ach, ich habe keine Ahnung. Schreibt es mal in die Kommentare, was sagt ihr. Eine Woche lang Sekrom-Raids, dann wieder Trainerhoffnungsmedaille pushen. Oder einfach weiter Trainerhoffnungsmedaille pushen und einfach die Sonderbonbons da reinpacken. Weil wo will ich sie sonst hin tun? Ich weiß es nicht. Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses, euer Schneebitzer, der hier als Überfreund auftritt. Und schreibt mal rein. Habt ihr ein gutes Sekrom? Was ist euer Bestes? Habt ihr Shiny bekommen? Habt ihr mitgemacht? Habt ihr Bock? Schreibt es rein. Peace out, Vorhaut. Ciao. Ciao.